Willkommen zurück in den, äh, Skyline, ne, Empire State, oder was? So, ähm, wir haben den Schlüssel bekommen, wir gehen jetzt hier fein durch, wir machen alles platt, was uns in die Quere kommt. Und speichern auch immer regelmäßig. Wir haben uns gerade mal zwei Meter bewegt, also, vielleicht zehn. Oh, yeah, who do we have here? Are you a believer, little morsel? Have you come for the kind of enlightenment only Jezebel can give? Uh... Yes, I am Jezebel. And I have such things to show you, little morsel. Such beautiful, dirty little things. Won't you come into my parlor? Äh, und... Was geht hier vor? Oh, you cannot escape me, little morsel. In one way or another, you and I will intertwine our beings on the way into the night circle. And I will send you forth, full of the sweet sickness I carry. Oh, man, warte mal. Werde ich dann auch tot aufwachen? Nee, okay, das braucht man nicht. Das ist jetzt zu lange genug gegangen. Okay, nehmen wir die eins. Yes, I follow the path of the ninth circle. Come and join the enlightened, indulging your animal instincts, until both kind and kindred lies spent upon the altar. Desire will be our truth. Desire and the death that follows. Nett. Ähm, das alles muss jetzt ein Ende haben. Okay, du gefährdest mir das gerade, brauchst jetzt nicht. Was willst du dir mit all dem hier beweisen? Okay, du wirst so durchgeknallt. Nee, nehmen wir die zu. I cannot control my hunger any longer. Come. Okay. The truth will be shown to you, as I drink the blood from your twice lifeless body. Oh, it will be ecstasy. Oh, ecstasy, little morsel. Sweet ecstasy. Äh, naja, gut, dann. Wow, wo bin ich? Was schüttelt hier so? Oh, fuck, 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 oh, fuck. Ich brauche meine Waffe. Nein, 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 brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ja, genau, richtig in dieses Gesicht geht's hier. Ich würde das fast schon als Cheaten bezeichnen, aber es ist einfach eine Taktik, die funktioniert. Und immer alles, was funktioniert, wird benutzt, richtig in das Gesicht. Nein, 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 ich trinke die lieber nicht aus, wir wollen ja nicht hier. Und ist weg. Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Okay, niemand mehr da. Sweet mortal. Amarsch. Okay, was haben wir hier? Nein heißt nein. Ah, ist bestimmt so eine Art Gesprächsoptionsverbesserungsbüchlein. Was ich möglicherweise sogar benutzen kann. Das sind echt krasse Türen, die können wir zu beiden Seiten öffnen. Jetzt bin ich, äh, erleuchtet. Ich scheine. Kann ich dann gleich mal da reingehen. Oh yeah, oh yeah. Sprecher. Äh, I wie Inventor. Ja, genau. Was ist das? Äh, Tagebuch. Nö. Äh, nö. Sie brauchen Recherche von mindestens sechs, um den Gegenstand zu benutzen. Äh, sie brauchen die Fähigkeit Handgemenge von mindestens zwei, um den Gegenstand zu benutzen. Was noch? Dieser Gegenstand liegt unterhalb ihrer Fähigkeit. Sie ziehen keinen Nutzen daraus. Unbekannt, unbekannt. Wo ist denn Nein heißt Nein? Was ist denn dieses Buch? Ist bestimmt eins von diesen beiden. Okay. Hm. Recherche von mindestens sechs. Dann schauen wir mal, ob wir Recherche auf mindestens sechs bekommen. Ist Recherche hier? Ja, genau. Akademisch. Akademisches Wissen oder Intelligenz? Okay, das wollen wir nicht. Intelligenz, genau. Ja, und es funktioniert. Und Handgemenge auf zwei. Havi hier. Ja, das passt. Okay. Jetzt dürfte es gehen. Lesen. Wert erhöht. Sie brauchen die Fähigkeit Finanzen von mindestens zwei. Finanzen. Hier. War ja klar. War ja so klar. Ah. So, scheiße. Moment. Hallo. Oh, komm schon. Ist da was drin? Oh, mein Schiss. Ich muss das von... Ich muss... Oh, Moment. Vielleicht geht es ja so... Oh, Moment. Duckt. Ah, jetzt. Und nun? Bisschen näher ran. Okay, gut. Kein Inventar für diese Kiste vorhanden. Kann sie nur aufmachen. Tschüss. So. Äh, nee. Kein Buch, was ich hier lesen kann. Hier hinten war ich schon. Und dann gehen wir mal raus. Nicht? Mit nem Messer. Ich hab ne Feuerwerks. Was wird wohl gewinnt? Ähm. Äh. Bla, bla, bla. Ich hab einen zweiten Pesträt getötet. Mit einem Fleur. Möbel. Okay. Mortal. Sesam. Geht doch. Ah. So. Okay. Wirbelsäule ist eingerenkt. Passt. Ähm. Wo war jetzt dieser... Neunte Zirkel? Und... Ich kann... Ja, die waren in der Nähe von dieser komischen. Mann. Was ist denn hier so viel mal los, ey? Ähm. Bar. Nicht Bar. Nein. Bar auch nicht. Von dieser Kultstätte. Ja. Genau. Ne. Ich hatte es schon richtig. In der Nähe von der Bar. Passt schon. Ja, okay. Hier war das. Habe ich mich ja schon fleißig drum gekümmert. Ich bin schon nicht. War ich überhaupt schon... Ne. Hier war ich glaube ich noch nicht mal. Das ist ganz lustig. Und da ich ja schon weiß, ähm... Wenn wir jetzt schon mal hier vorbeigelaufen sind, wegen Pisha und so. Die hat ja... Ähm... Zwei Gegenstände von mir verlangen. Und das krasseste ist, wenn man es einmal versiebt hat, diese Gegenstände zu holen, kommt man nie wieder zu diesen Gegenständen. Also muss man wirklich, ähm... Aufpassen. Und... Alles mitnehmen. Was man da hat. Man muss sich einfach nur umschauen. Man hat ja keine Zeit, äh... Unseren Spaß. Yep. Okay. Speichern wir. Jetzt können die Finanzen verbessern. Okay. Äh... Ihhh... Das Ding... Immer am Ball bleiben. Mitch und Murrays... Murray? Okay. ABC des kalifornischen Grundstücksmarks. Okay. Das hat sich jetzt wohl erhöht. Das ist so... So... Kacke, dass es Bücher gibt, die unterhalb meiner Fähigkeiten sind, ey. Man darf einfach nicht die Fähigkeiten vorher schon verbessern. Man muss immer... Naja... So viel wie möglich noch rausbekommen. Aber ich glaube, das war Geschick. Ja, das war Geschick. Ja, scheiße. Naja, wenn ich das Buch verkaufen kann und es bringt mir vielleicht was, dann geht's ja. Nein! Scheiße! An das kann ich gar nicht viel noch erinnern. Das ist total kacke. Oh man, ey. Ich bin so oft draufgegangen. Das letzte Mal war ich hier auch mit der Feuerwehr. Hab ich einen Schiss gehabt, ey. Hab ich einen Schiss gehabt. Okay. Also mal hier. Eine Tür. Sie nicht zu öffnen. Ich mag diesen Ort überhaupt nicht. Das erinnert mich an Geisterhaus. Oh, er ist schon mal. Du, du hast dich getrennt? Du gehst nach vorne, um den Bishop zu sehen. Eeeeee, okay. Du hast dich getrennt, oder? Du hast einfach getrennt. Ich bin hier ein paar Tage. Däis? Klingt nicht gut. und weiter und was ist dann passiert ja dann heißt ihr schicksal das klingst verängstig ja dann geh einfach dann brauchst du um dem bischof jetzt keine sorgen mehr zu machen gut ich muss beim bischof sein und dem tempel beten bis dann komm her ich hab da etwas um deinen schmerz zu lindern ich will die ja nicht zwingend ausnuckeln nur da ist ein fahrstuhl und wunder das ist